Seit Jahrhunderten haben die Nubier aus dem Süden unserer Städte in Oberägypten angegriffen und geplündert. Pharao Sesostris III. ist entschlossen, dieses Problem für immer zu lösen. Sein Plan ist es, das untere Nubier durch den Bau von Festungen entlang des Nils bis hin zum vierten Katarakt unter Kontrolle zu bringen. Südlich Ihres Aufenthaltsortes gibt es eine Insel im Nil, die ein idealer Ort für solch eine Festung wäre. Erkunden Sie die Insel, säubern Sie diese von Ihren Feinden und bauen Sie dort ein Dorfzentrum und zwei Abwehrtürme. Und damit hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von EFPS 2, der Aufstieg Ägyptens. Die letzte Mission Religion hat übrigens eine Eins von mir als Bewertung bekommen, also ein Prozent Schwierigkeitsgrad. Und wir sind jetzt hier in der neunten Mission, der Außenposten am Fluss war es, glaube ich. Errichten Sie ein Dorfzentrum auf der Insel, entwickeln Sie den Abwehrturm beim Kornspeicher, errichten Sie zwei Türme auf der Insel. Okay. Kornspeicher, Abwehrturm, gönn dir. Machen wir lieber ein ganzes Gold. Du kannst schon mal ganz kurz hingehen und schon mal zur Insel gehen. Ist das direkt die Insel, ist das einfach ein Feind? Ah, ist ein Feind natürlich, ne? Aber ist wahrscheinlich richtig, ne? Dann machen wir eine Akademie. Für Nahkampf und so, ne? Und du machst uns noch eine Kaserne erstmal. So, und dann da drauf. Das müsste passen. Erst den ganzen einzelnen wollen wir hier wegholen, weil es geht. Das war komplett sinnlos, aber machen wir euch. Und der Rest geht jetzt erstmal in die Dorfbewohner rein hier. Easy. So, und da haben wir die Akademie. Easy peasy. Und hier machen wir nur Schleuderer, deswegen habe ich die gebaut. Falls wir es mal benötigen, falls wir Fernkämpfer haben sollten. Ansonsten gehen wir hier vollkommen auf Hopliten, weil jetzt in der zweiten Zeit da wird es einfach easy gegen gespießt. Da ist schon gar keine Chance, eigentlich der Typ. Ist ja traurig für ihn übrigens. So, kurz die Zoom-Fußstufe wieder ein bisschen rausgehen hier. Ganz entspannt. Ja, und dann, äh, war es das eigentlich auch schon. Ha. Lol. Ich muss zugeben, hier die Kampagne, äh, Ausstieg Ägyptens haben die echt schön gemacht, finde ich, bis jetzt. Ich fand zwar hier die, äh, 800 Ressourcen in der Mission und die 1000 Ressourcen in der Mission danach relativ viel angesetzt, weil brauchst du gar nicht so viel, aber eigentlich bis jetzt ist die sehr entspannt gestaltet. Gefällt mir. Ist ja gut. Machen wir nebenbei ein paar Soldaten hier. Ein paar Hopliten. Mehr Dorfbewohner bitte. Vor allem hier ist es ein A, weißt du, das ist es. Leute. Wer hat sich das eigentlich einfallen lassen hier? Ist ja schwierig, äh. DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DIS-DING-DING-DING-DING-DING-DING-DING. Das ist viel einfacher hier zu jagen als bei acigence 2. Weil selbst ein Eberßление aufheben kann hat, und jetzt ein Eber blieb innerhalb der Thbes baoheben. A valores v Los Angeles, die hier steilo ein und einfach nicht so k Никажу ein Tip. Doch Ul Ming, aber��ido! Der hat sich fast den Baum abgerissen. Zwei Apäer da noch. Der gute Olivenbaum, ey. Oh, nicht genug Holz. Schlecht. Ah, dann geht mit dein Holz. Ist okay. Weißt du, das können sie dir nicht dahin bringen. Es ist halt... Mit dem Gebäude, muss ich schon sagen, finde ich irgendwie Quatsch. Weiß nicht. Dass sie es nicht einfach dahin bringen dürfen, das ist... Ich weiß irgendwie nicht, das gefällt mir nicht ganz. Naja. Was willst du machen? Oh. Oh. Der gönnt sich noch. Somers, Somers. Somers. Meier, Juh, ne? Wenn wir fünf haben, greifen wir an übrigens. Sollte passen. 20 Doppelwunder müsste auch erstmal reichen. Du kannst ganz kurz hingehen. Darf mal zu machen. Gönn dir. Dann können wir gleich noch ein bisschen forschen hier. Mit ein bisschen genug Nahrung und so. Yuri, Somers. Somers. Und dann forschen wir gleich noch. Erstmal das hier. Haben die genug Zeit zum Sammeln. Oh, da geht's gar nicht rüber. Doch, ich dachte, das wäre das Wasser hier. Dann halt nicht. Die 200 haben wir gleich. Sehr gut. Okay. Nice. Geht oben lang. Hätte man sich auch denken können, aber hey. Tja, jetzt haben wir natürlich ein Problem jetzt hier, ne? Ist ja da kein Holz da. Naja. So. Nee, du bist jetzt hier. Kommt jetzt eh gleich Holz rein. Machst du euch auch noch ein Feld? Ja, ne? Oder? Ich bin mir heute nicht sicher. Na doch, 12 ist okay. Jetzt haben wir's. Mach's mal so leicht weg vom Wasser. Ist aber auch ein bisschen optisch besser. Das war's. Und dann merke ich jetzt. Auf geht's, Leute. Angreif. Oh, nice. Muss ich echt da rüber setzen, oder was? Ach ja, macht das Sinn. Alter, wenn ich dumm ist, in der Insel. Ja, wusste ich natürlich, ne? Wie ihr seht, ich bin Profi. Alter, ich drück 10. Das geht nicht. Junge, 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 Junge. Er war schon richtig klug, auf jeden Fall. Ich bin schon stolz auf mich, du. Ne fucking Insel einfach. Und ich komme auf die Idee, nicht da eventuell mal einen Hafen zu bauen. Ne, Insel. Oh, Mann. Ja. Yuri? Weiß auch nicht. Irgendwie, wir müssen ein bisschen doof dann. Naja, verdient, ne? 150. Sag mal, spinnst du? Die spinnen, die Römer. Ich glaub's nicht. Hm, könnte man machen, bringt mir nichts. Ja, ist halt viel zu teuer, der Scheiß, hier, Mann. Tja. Transportschiff wieder. Mann, ey. Oh, Mann, ey. War das unnötig, Junge? Okay. Warten, weil eben das leichte Transportschiff da ist. TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT. Fünf. Ja, genauso viel wollte ich sowieso haben. Passt doch. Kannst gleich zweimal fahren. Hä? Was ist der Hotkey? Kuh. Warum denn Kuh? So. Oh, der hat gerade gerade one-shotted. Krass. Schön zerstören. Wunderschön. Das sind ja ganz schön viele. Guck mal jetzt hier. Bums. Bonk. So, du gehst jetzt hier hin und baust da ein Dorfzentrum. Ah, Z ist auch ein scheiß Hotkey. Hast du noch einen Turm? Das war sowas von doof, ne? Nubi ist ausgeschieden. Ach, der macht das sowieso nicht. Ja, interessant. Diese Musik erinnert mich gerade so hardcore an Stargate. Ist ja witzig. Rogan? Rogan? Die kosten ja Stein ohne Ende. Hm. Ich habe übrigens auch das Rad nicht geforscht und so, ne? Alles wieder hier scheiße. Wie kann man das Tutorial eigentlich so schlecht spielen wie ich? Ich finde hier ist Stein ohne Ende. Das weiß ich schon, aber... Ich habe einen verloren, ne? Lol. Das ist ja bitter. Ah ne, einer läuft da hinten. Alles gut, hab nichts gesagt. Ah, guck mal. Plötzlich haben wir Stein. Kommt der denn her? Sehr angenehm. Nein, jetzt bitte aus. Bisschenlair, crater heck alley... Och, battraillieren. Bisschenlaust... Haben wir? So, bisschen daherkunden gehen. Könnt ihr euch... könnt ich gönnen. Noch mitgebaut. Schwingt die Häymmerchen. Dara ii botare Dara ii botare Aukama ii botare Dara ii botare Dara ii Dara ii Yuri Rogan Angenehm Gewonnen Dong Ja, also ich mein, ich hab mich jetzt selbst bei der Mission hab ich mich echt ein bisschen dumm angestellt, witzigerweise. Guck mal, da wär noch ein bisschen Gold gewesen hinten Interessant Aber Auch hier Nullpunkte, ne, weil Kann man jetzt nicht verkacken, ne Ich hab ja eins, der bis jetzt eins bekommen hat, war das mit Religion auch nur, weil du da hättest Zumindest ein kleines Mini bisschen verkacken können Ne, nicht mal verkacken Einfach nur So, so, so Ja, ja, ja Ein kleiner Funken von Schwierigkeit Weiß, die Stadt von Stirling hatte damals auch schon Einen Punkt bekommen Okay, dann bis zum nächsten Mal. Adieu Auf Wiedersehen 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 Auf Wiedersehen